Wahrscheinlich sind wir uns schon mal begegnet. Vielleicht nur im Flugzeug. Oder auf der Straße. Am Telefon. Oder sogar zu Hause. Wir sind 10 Kilometer unter der Erde und 10 Kilometer hoch in der Luft. Unsere Beschichtung verhindern, dass Jet-Turbinen schmelzen und Backerschaufeln verschleißen. Die machen es möglich, dass Ölbohrer in 10 Kilometer Tiefe unter dem Meeresboden arbeiten können. Diese extremen Umgebungen fordern fortschrittlichen Schutz. Das ist unser Geschäft. Wir sorgen dafür, Bauteile über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus funktionieren. Vor mehr als 100 Jahren revolutionierten wir den Reparatur- und Verschleißschutzprozess von Metallen. Seither haben wir Weltklasse-Produkte hergestellt und tun dies heute auch noch. Über 100 Jahre wurden wir mit schwerwiegenden Umweltveränderungen und Kunden konfrontiert, die uns vor neuen Herausforderungen stellten. Wir reagierten darauf mit innovativen Lösungen. Sie finden uns in über 100 Ländern. Aber unser Ziel ist stets dasselbe, Ihr Unternehmen zuverlässig und kostengünstig zu gestalten. Und unsere Service-Center sind zunehmend die beste Lösung für die Herausforderungen und Schwierigkeiten, selbst für die härtesten Umgebungen. Mit der steigenden Komplexität technischer Probleme haben wir Experten-Teams zusammengestellt, die in der Lage sind, sowohl in unseren eigenen Werkstätten als auch vor Ort, den Betrieb, Reparatur- und Wartungsarbeiten durchzuführen. Unsere Lösungen stehen für Qualität, die der Schlüssel zu unserem Erfolges ist. Und obwohl wir weltweit mehr als 1600 Mitarbeiter beschäftigen, sind wir im Grunde immer noch ein Familienunternehmen. Stärker mit Castellin-Oltäktik.